Musik Herzlich Willkommen auf der Bau in München 2013. Wir sind hier auf dem Stand der Uniglas und präsentieren hier ein komplett neues Fassadensystem, das das Ergebnis aus einem langjährigen Forschungsprojekt mit Holzforschung Austria und der Technischen Universität Wien ist, wo wir eine neue Structural Cleasing Fassade schaffen, ausschließlich mit dem Einsatz der beiden Materialien Holz und Glas, die miteinander verbunden werden. Das einzigartige an diesem Uniglas-Fassade-HGV-Fassadenelement ist die direkte Verbindung des Werkstoffes Holz mit dem Isolierglaselement oder dem Monoglaselement. Wir applizieren hier eine werkseitig vorgefertigte Birkenfurnierholzleiste, die noch dickschichtglasiert ist, direkt an der Glasoberfläche. Das fertige Element wird bauseits angeliefert und wieder direkt an die Holzpfostenriegelkonstruktion verschraubt und appliziert. Die Montage dieses Elements ist sehr einfach. Es bedarf hier absolut keiner glastechnischen Vorbildung des Montagepersonals. Jeder holzverarbeitete Betrieb kann relativ einfach diese Elemente in die Fassade applizieren und verschrauben. Die Architektur verlangt schon heute, aber auch in Zukunft natürliche Materialien, nachhaltige Produkte und somit haben wir eine Möglichkeit geschaffen, nicht mit Aluminium- oder Stahlfassaden eine Structural Cleasing-Lösung zu bieten, sondern ausschließlich mit Holz und Glas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017